In meinem Freundes- und Bekanntenkreis verzichten mehrere Personen aus gesundheitlichen Gründen auf glutenhaltige Lebensmittel. Aber macht das eigentlich Sinn? Und welche gesundheitlichen Gründe sind das überhaupt? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn Gluten eigentlich? Also im Prinzip handelt es sich bei Gluten erstmal nur um ein Stoffgemisch aus Proteinen, das in den Körnern einiger Getreidesorten vorkommt. Dazu gehören Weizen, Roggen, Gerste, Grünkern, Hafer, Dinkel, Kamut und Einkorn. Und natürlich steckt Gluten auch in allen daraus hergestellten Lebensmitteln. Also im Mehl, im Müsli, in Grease, in Grease, Graupen, Paniermehl, Teigwaren und natürlich auch in Gebäck und Crackern. Und selbstverständlich auch in Bier, denn das wird ja aus Gerste gebraut. Spannenderweise steckt Gluten aber auch in fast allen Fertigprodukten. Gluten ist nämlich ein hervorragender Träger für Aromastoffe. Außerdem geliert es. Wollen wir kurz weggelieren. Es bindet also Wasser und stabilisiert. Gluten sorgt außerdem dafür, dass beim Backen alles schön klebt, in Form bleibt und eine schöne Kruste bekommt. Darum kennst du es vielleicht auch unter dem Namen Klebereiweiß. Na ja, also ein tolles Zeug also. Vor allem aus Sicht der Lebensmittelindustrie. Aber kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Macht es Sinn, Gluten konsequent aus dem Weg zu gehen? Zu vermeiden. Die Antwort ist, ja, es macht Sinn. Und zwar für alle Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind. Eine Erkrankung, an der nur rund 1%, 1% der Bevölkerung leidet. Aber klären wir doch erstmal, worum es sich bei Zöliakie überhaupt handelt. Also im Prinzip handelt es sich dabei um eine Erkrankung des Dünndarms, bei der glutenhaltige Lebensmittel zu einer Autoimmunreaktion der Darmschleimhaut führen. Klingt schon wieder ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber ich erkläre das gerne nochmal ein bisschen einfacher mit Hilfe meines Kollegen hier. Mal angenommen, du gönnst dir eine Scheibe glutenhaltiges Dinkelbrot mit Frischkäse. Das wandert dann ja vom Mund über die Speiseröhre da hinten, da Richtung Magen. Und dann in den Zwölffingerdarm und dann hier in das ganze Dünndarmgegröse. Bei einem gesunden Menschen wird das Gluten hier aus dem Speisebrei... Soll ich nochmal? ...herausgelöst, aufgespalten und über die Darmzotten... ...in den Körper aufgenommen. Die Darmzotten kann man sich wie so kleine Falten und Finger in der Schleimhaut vorstellen, die dafür zuständig sind. Den Erster war, aus der Nahrung in den Körper aufzunehmen. Ich habe ein bisschen zu viel Gluten heute schon gehabt. Also, wenn man dann aber eine Zöliakie hat, funktioniert das nicht mehr richtig. Statt das Gluten aufzunehmen, denkt der Körper dann nämlich... Alarm im Darm. Statt das Klebereiweiß als Freund zu erkennen, hält er das Gluten nämlich für einen Feind. So, und was macht man mit Feinden? Richtig! Man sieht zu, dass man sie wieder los wird. Es kommt also zu einer Abwehrreaktion. Die Zotten in der Schleimhaut entzünden sich, gehen ein und bilden sich zurück. Durch die Zöliakie verringert sich also nach und nach die Oberfläche des Dünndarms... ...und es gelangen immer weniger Nährstoffe in den Organismus, also deinen Körper. Und was passiert, wenn auf Dauer immer weniger Nährstoffe aufgenommen werden? Richtig! Es kommt zu Mangelerscheinungen, die wiederum Auslöser für Folgeerkrankungen sein können. So, und damit nicht genug. Nein! Da gibt es noch mehr. Nach dem Verzehr von glutenhaltigen Lebensmitteln kommt es oft auch noch zu ordentlichen Beschwerden, wie Blähung, Bauchweh und Durchfall. Es kann aber auch zu weniger offensichtlichen Beschwerden kommen, weshalb Expertinnen und Experten eine Zöliakie nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Aber das Gute ist, eine Zöliakie lässt sich nachweisen durch einen Bluttest und eine Dünndarm-Biopsie. Dabei wird eine klitzekleine Probe, ganz klein, aus deiner Dünndarm-Band abgezwackt und dann unter dem Mikroskop, aha, 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 was sind wir da, untersucht. Und danach weißt du dann ganz eindeutig, ob du in Zukunft wirklich konsequent auf alles verzichten musst, was Gluten enthält oder nicht. So, aber was ist, wenn deine Ärztinnen und Ärzte keine Zöliakie feststellen, du aber trotzdem nach dem Essen von glutenhaltigen Lebensmitteln die dafür typischen Probleme bekommst? Nun, dafür kann es ja erstmal eine Menge Gründe geben. Ja, aber es könnte auch sein, dass so eine, eine sogenannte Gluten-Sensitivität, da bin ich schon so ein Säbel, vorliegt. Ja, davon sind rund 6 bis 10 Prozent der Menschen betroffen. Die Beschwerden sind dann ähnlich wie bei einer Zöliakie, aber meistens nicht ganz so extrem. Und, das ist die gute Nachricht, im Gegensatz zu einer Zöliakie, kommt es bei einer Gluten-Sensitivität nicht zu einer Autoimmunreaktion. Ja, dein Darmzotten passiert also nichts. Ja, das Problem ist aber, dass man eine Sensitivität nicht wirklich nachweisen kann. In Absprache mit deinem Arzt oder deiner Ärztin könntest du zwar versuchsweise auf glutenhaltige Kost verzichten, zum Beispiel für einen Zeitraum von so zwei Wochen und schauen, ob sich deine Probleme damit erledigen. Aber es könnte trotzdem Sinn machen, noch einmal ganz gezielt nach anderen Ursachen zu suchen. So, wenn es um Unverträglichkeiten geht, haben wir es eben leider oft mit einer richtigen Detektiv-Arbeitsschale zu tun, bei der man erstmal ein paar Sachen ausschließen muss. Aber noch einmal, mach das bitte alles nicht auf eigene Faust, sondern in Absprache mit einem Profi, Arzt oder Ärztin, sonst verzichtest du am Ende nämlich vollkommen umsonst auf all die leckeren Lebensmittel, die Gluten enthalten. Und das wäre ja irgendwie auch schade, oder nicht? Und das gilt natürlich auch für alle anderen Dinge, auf die so viele Menschen freiwillig verzichten, weil sie glauben, sich damit was Gutes zu tun. So, ich esse jetzt erstmal hier gleich das leckere Dinkelbrot. Das ist nämlich wirklich schlecker, lecker, lecker. Lecker und zu lecker, um darauf zu verzichten. Und falls du doch noch Fragen hast, sagst, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Und was mache ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Dann rufst du im TK-Ärztezentrum an und sagst, hallo, ich habe vielleicht Zöliakie und brauche da mal Hilfe. Und dann sagen die, zurücklehnen, wir machen das schon, wir helfen dir. Und dann rufst du im TK-Ärztezentrum an und sagst, hallo, ich habe das schon.